Nun folgen die Holstenhallen-Events. Reptilien und Vogelfreunde können sich auf die Exota am 11. und 12. Oktober freuen. Die Vorbereitungen für den 52. Trakener Hengstmarkt laufen auf Hochtouren. Vom 16. bis 19. Oktober wird sich in den Holstenhallen Neumünsters wieder alles um die Vererber von morgen drehen. Vom 23. bis 26. Oktober findet in den Holstenhallen das internationale Amateur-Reihturnier statt. Pferdefreunde sind hierzu herzlich willkommen. Am 25. Oktober wird Neumünsters längste Nacht in der Stadthalle gefeiert. Zum Briefmarken-Großtausch geht es am 26. Oktober im Festsaal der Stadthalle.